So, das können wir jetzt nochmal upgraden. Das leider nicht. Das heißt, ein Bär und diese Cupcakes werden wir jetzt mal erstmal entsorgen. Und dann unser Fahrzeug upgraden. Das ist wichtig. Möp, möp. Okidoki. Boah, 10 Stück. 860. Das heißt, hier können wir schon mal einmal wieder upgraden. 2600. Davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Nur aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ist das jetzt egal, wo ich das hin plante, weil die Bären fallen ja sowieso, wo sie wollen. Nicht so wie im ersten Teil, dass das so ein bisschen berechenbar ist. So, boah, 11 Stück. Oh, das war aber nicht so viel. Dieses Mal. Und da kommen wieder Bären. Genau. Boah. 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 Boah, ich hab... viel. Ach so, wir brauchen einen hiervon. Wir brauchen 2600. 790. Sonst müssen wir einfach verkaufen, was wir verkaufen können hier. 790. Dann haben wir schon mal 2000. Ne, das schaffen wir. Leider nicht. Schon wieder kein Gold. Gibt es das denn? 2600. Ne. Schon wieder kein Gold. Das gibt es nicht. Und wir hätten das noch schaffen können. Dann machen wir jetzt einen Restart. So. So. Machen wir jetzt mal so. Und die kommen jetzt weg. Echt jetzt? Willst du mich eigentlich total verarschen? Diese verdammten Scheißbären, ey. Die machen mich fertig. Das ist aber auch immer höchste Eisenbahn hier. mit den Bären. Ne, komm. Wir warten jetzt einmal auch ab, bis wir Cupcakes haben. So. Na, das sieht doch schon besser aus. 360. Und das Nächste wird das hier aufgerüstet. 500 brauchen wir. Hui. Dann kann er auch weg. So. 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 Dann gib mal Gummien. Ja, 480. Lol, zählt das jetzt nicht mehr? Oder habe ich das jetzt hier noch nicht geholt? Na, seht ihr, das ist weg. Ich habe jetzt gerade irgendwie voll wie so eine Art Filmriss. Ich weiß jetzt nicht, habe ich das jetzt hier in dem Level schon mal geholt oder nicht? Nee, hatte ich glaube ich noch nicht. Nein. Das gibt es nicht, ne? Dass diese Drecksviecher dazu kommen, zwei Hühner zu kicken. Ja, das ist einfach nur Geld, was jetzt wieder hier... Ich verstehe das nicht. So, das haben wir alles soweit. Wir haben dann auch nur noch eine Minute. Nee, das lassen wir aber besser hier. 640. Wie viel haben wir? Könnten wir es schaffen. Das ist natürlich kein Garant jetzt. Boah, guck mal. Best Time. 4, 5, 3, 38. 3, 3, 38. Wir sind so perfekt. Konfektionary. Wie geil ist das denn? Hammerhart. Cats will be cleverer. Ja, dass die Katzen jetzt nicht so clever sind in dem Spiel, das wissen wir ja. Okay. Möchte ich noch irgendwas aufrüsten? Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Wir haben 950. Das können wir eigentlich schon mal aufrüsten hier. Hm. Ja, Plänen können wir auch einmal. Und unserem Cave hier. So, Katzen braucht man sowieso nicht. 4 Hühnchen, 2 Kuchen und 10 Pancakes. Hühnchen. Legt Eier. Komm. Ein Ei habe ich schon mal. Ja. Nein, nicht dahin gehen. Wow. Also, wenn das nicht knapp war, na. Aber es ist jetzt einfach nur einmal erst, äh, ein, äh, ein Maulwurf gehabt. Dabdi, dabdi, dabdada. Komm, Tühnchen. Komm. Brauche ich irgendwas dafür? Bestimmt das hier, ne? Bestimmt. Ja. Ich gucke einfach mal. Wir kaufen jetzt mal zwei Stück. Wir brauchen auch noch Hühner, ich weiß. I know this. Juhu. Oh. Das war ich jetzt eigentlich schnell, aber gut. ein Ei haben. Ah, zwei. Okay. Äh, wir brauchen aber mal hier noch einen Huhn. Zack. Oh, wir haben nur noch eine Minute. Okay. Finde ich jetzt aber nicht so geil. Scheiße. Ein Huhn brauchen wir ja auch noch. So können wir das nicht schaffen. Oha. Boah. Fünf Pfannkuchen haben uns gefehlt. Ja, dann möchte ich nochmal gerne restarten. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Huhn. Komm. Drei. Wir müssen auf jeden Fall nur eine Garantie haben, dass mindestens zwei Eier hier reingehen. Dann schaffen wir die 20 Pfannkuchen nicht. Und dann ist das nicht machbar. Wie haut er ab, Huhn? Hast du wohl nicht mal alle, wa? Hm, okay. Machen wir das erstmal so. So. Leute, ich brauche Eier. Hör, was war das denn? Habt ihr das da gerade gesehen? Was war das denn? Was hat denn da gerade rausgelookt? Da muss ich mir gleich schon eine Aufnahme nochmal ansehen. Ohne Scheiß. Okay, dann können wir jetzt das mal hier kaufen. So, du fährst nochmal los. So, und du holst mir bitte zwei von denen. kranker Scheiße. So, das muss ich jetzt was schneller machen. Okay, warte, dann müssen wir das erstmal verkaufen. So. Boah. Komm, voran! Voran! Nei! Nein! Das war ein Sekundentrepfer! Mama! Oh! Meatcutter! Wir gehen jetzt über zu den Schweinen. Aber, liebe Leute, das machen wir erst beim nächsten Mal. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Für euch ist sie kurz, für mich nicht. Für mich werden das vielleicht ein paar Tage sein. Ja, also ich muss sagen, der zweite Teil gefällt mir eigentlich wieder richtig gut. Der erste Teil war so ein bisschen, naja, na. Wobei, für das das erste Spiel war, war das schon in Ordnung. Aber hier der zweite Teil, da muss ich es echt sagen, super. Schade aber auch nur, dass es wieder auf Englisch ist. Wäre schön, wenn es auch auf Deutsch wäre. Und weil Farm Friends, die vier, also meine kleine Farm 4, war ja auf Deutsch. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir das ganz gut. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und dann sage ich bis morgen. Ich möchte noch einen schönen Abend. Ja, jetzt wiederhole ich mich, ne. Ja, bis morgen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aus disappear. Ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich Ahí. Ja, bis zum nächsten Mal. ahaha